Oh shit, ja was machen wir denn jetzt, wenn das Rad ausbrennt? Komm, müssen wir es löschen? Was geht ab? Wo ist das Rad aus eigentlich? Ja, Volksgenossinnen und Volksgenossen, ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen, entspannten Woche. Ihr habt Bock auf spitzenmäßiges Entertainment, absolut professionelle Videospiel-Skills und einen richtigen Schuss Erotik. Und da seid ihr hier genau richtig, denn es ist wieder Zeit für eine Stunde mit... Leute, ich kann euch nicht sagen, wie viele Nerven ich jetzt schon an das Spiel verloren habe, dass wir jetzt zusammen zocken. Es ist ein wirklich sehr, sehr außergewöhnlicher Titel und ich glaube, einige von euch werden da extrem drauf abfahren und andere werden vielleicht erstmal ein wenig irritiert reagieren und so viel sei gesagt, ich bin zumindest bislang noch im zweiten Lager. Wir spielen heute The Tomorrow Children, das ist ein Ding, das gab es Anfang des Jahres schon mal in der Beta zu zocken. Vielleicht hat der eine oder andere schon Berührung damit gehabt von euch. Für mich war das allerdings komplett neu. Ich habe auch schon mal so zweieinhalb Minuten reingeguckt, einfach nur um zu gucken, ob das alles läuft. Und ich kann euch sagen, Freunde, wow, das wird glaube ich für uns alle jetzt sehr, sehr aufregend. Ich möchte gar nicht viel mehr verraten, nur das als kleiner Teaser möglicherweise. Stellt euch vor, in der DDR hätte es schon Minecraft gegeben. Das ist The Tomorrow Children. Gut gelauncht, springen wir jetzt in ein Spiel, was ich in der Form echt noch nie gespielt habe. Eine spannende Reise für uns alle wird das. Wir sind jetzt auch schon mal im Menü. Achso, ich sollte vielleicht auch die Stunde starten, denn eine Stunde mit heißt es und eine Stunde mit spielen wir. Start, was ist da los? Nichts klappt heute. Start. So. Jetzt laufen wir aber. So. Also. Ihr merkt es schon, ein sehr bedrohlicher Soundtrack. Dröhnen uns dann gegen. Wir starten ein neues Spiel. Und dann wird sich hoffentlich auch sehr viel von alleine klären. Es gibt ein sehr grundlegendes Tutorial, was uns die Grundzüge des Spiels ein bisschen näher bringt. Ich habe ja gerade schon das Stichwort Minecraft genannt. Minecraft in der DDR. Und was einem natürlich erstmal sofort ins Auge sticht, ist tatsächlich der sehr, sehr abgefahrene Grafikstil. Das ist jetzt nicht extra eine Zwischensequenz oder so. Ich drehe auch ganz frei die Kamera. Das ist tatsächlich mein Avatar. Das bin ich und so sieht die Spielegrafik aus. Schauen wir mal rein. Rezultate, just, человечeske razie. Dug naroda rastail v void. Void. Od kraja, temnote даже, krik naroda schlischen sei chaff. Unadug naroda rastail v Vosch visch noe. Eto popitke a sublimiruetsia. Govoria, kak dolžnoe vubsche. Centov, kajdy ras, kogda eto. Ludum, kak dolžnoe, kak dolžnoe, kak dolžnoe, kak dolžnoe. Sintov, kak dolžnoe. Das ist das. Wir haben gerade einen Sendeempfänger empfangen. Denn Big Brother is watching you. Ja, also wenn der eine oder andere von euch noch so ein bisschen dem Kommunismus nachtrauert und denkt, Mensch, was Mama und Papa damals aus der Ostzone erzählt haben, das kann ja alles gar nicht so übel, für den ist das möglicherweise das absolut beste Spiel des Jahres, denn hier wird der Gemeinschaftssinn wirklich noch hochgehalten. Aha! Na, versteht ihr jetzt, warum ich gerade Minecraft erwähnt habe? Oh, was kriegen wir hier direkt? Eine Spitzhacke. Ich glaube, ich muss jetzt nicht erklären, was ich mit dieser Spitzhacke tun werde. Auch das ist jetzt hier irgendwie kein Grafikfehler. Der liebe Genosse da hat uns ja gerade erklärt, dass wir uns im Void befinden und das ist wirklich eine sehr, sehr leere und karge Angelegenheit. Unverzagt werden wir jetzt aber sofort mal anfangen, hier rumzuhämmern. Tada! Ich könnte die Spitzhacke jetzt in diesem Inventarmenü, was ihr gerade gesehen habt, verstauen, aber die brauche ich natürlich noch ein bisschen länger. Und, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist wirklich tatsächlich authentisches Russisch. Gut, haben wir verstanden, denke ich. Wie uns ja gerade erklärt wurde, sollten wir uns nicht allzu lange im Dunkeln aufhalten. Das verletzt uns nämlich quasi, beziehungsweise zersetzt so unsere Essenz. Ich habe aber geguckt, ob es hier irgendwie weitergeht. Tut es aber nicht. Weil wir eben Helligkeit brauchen, setze ich die Lampe hier mal ab, öffne mein Inventar und nehme meine gute alte Spitzhacke wieder. Genau, von wegen, ich bin wirklich jetzt kein Sprachenexperte. Ich glaube aber wirklich tatsächlich, dass es echtes, authentisches und ich hoffe dann auch grammatikalisch korrektes Russisches ist. Es gab mal ein Spiel, da habe ich mich bei der Sprache schon mal vertaten. Cinemora war das ganz genau. Da wurde auch in einer Sprache mit mir geredet. Und weil ich in irgendeinem US-Review gelesen habe, das wäre eine Fantasiesprache, was wissen Amis schon von Europa, habe ich das plump nachgeplappert und dann hat mir ein User damals irgendwie gesagt, dass das keine Fantasiesprache ist, sondern Ungarisch war es in dem Fall. Von daher möchte ich mich jetzt gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Signalfacke, cool. Das verstauen wir, das verstauen wir. Und wie verstauen wir das? So, ach Felix, einfach wieder hin. Ich habe ja alles gekriegt, was ich gerade brauchte. Genau, also wenn der eine oder andere das gleich mit seinen Spitzenjörchen rausgehört hat, dann freuen wir uns über eine Info. Ist das wirklich tatsächlich echtes Russisch? Ich glaube, ja. So, langsam wird es spannend. Nein, halt. Jetzt aber. Na? Ja, die hat wenigstens noch Spaß bei der Arbeit hier. Auch das ist ein Wort zur Vorwarnung jetzt schon von mir. Es gibt ganz, 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 ganz viel, was ich noch nicht raffe. Deswegen, wenn ihr euch schon mit dem Spiel irgendwie in der Beta-Phase beschäftigt habt oder absolute Survival-Crafting-Profis und Experten seid, die alles jetzt hier sofort durchschauen, da wird es, glaube ich, ein sehr, sehr langes und anstrengendes Video für euch. Denn für mich ist wirklich leider noch sehr viel unklar. Also ich werde bestimmt sehr viele Fehler machen und einiges nicht raffen. Aber dafür heißt die Rubik auch eine Stunde mit und nicht irgendjemand hat sich schon vier Tage damit beschäftigt und spielt dann mal irgendwie, sondern wir fangen von vorne an und was ich verstehe, das verstehe ich halt und was ich nicht verstehe, das werdet ihr mir sicher auf eine konstruktive und nuancierte Art in den Kommentaren mitteilen. Ja, ach, hacken wir hier mal weiter. Ich weiß auch nicht ganz genau, wo es hier lang geht. Nee, okay, hier geht es schon mal nicht lang. Warte mal, schauen wir mal, wie sieht es hier aus. Ich will jetzt aber nicht die Lampe hier kaputt haben. Ja, zack. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, genau in die Richtung würde ich mich lieber orientieren. Auch das werdet ihr euch schon denken können. Es gibt natürlich im Laufe des Spiels Upgrades für die Spitzhacke, beziehungsweise auch noch andere Spitzhacken, mit denen geht dann das Hacken und Graben und Farmen ein bisschen schneller. Ach ja, genau, so weit sind wir aber noch nicht. Das heißt, das ist einfach, Hilfe, mein Send-Empfänger sendet. Halt, wie gehe ich da ran genau? Ich schaue kurz nach oben. Na? Ja? So? Ach so. Ah, okay. Na gut, also muss ich gar nicht überall hacken und graben. Ich muss einmal wieder raus, alles klar. Ja, 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 ja. Schnell raus aus dem Dunkeln. Ich glaube, das war gerade noch nicht da. Genau, man sieht schon Storage. Und hier lagern wir einfach mal die Geschichten, die wir eingesammelt haben. Ast rein. Cool. So, jetzt wackelt hier alles. Ich weiß nicht ganz genau, ob das ein gutes Zeichen ist. Ja, ihr seht mich jetzt schon ein bisschen ratlos, aber da hinten leuchtet was. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, da aber hinzugehen. Genau, zu tief in den Void vorzustoßen. Ja, ja, okay. Also, das ist natürlich der Void. Und der wird auch noch ein echtes Problem hier. Okay, Lampen brauchen wir jetzt nicht. So, jetzt ist die Frage, hm. Ich versinke hier. Ich weiß nicht ganz genau, ob das eine gute Idee ist, aber auf der anderen Seite habe ich auch keinen Wessernvorschlag. So, da hat sie mich geschmissen. Phasenzusammel, Energie aufgebraucht. Wieder aufbauen, okay. Ja, ich glaube, das sollte jetzt genauso passieren. Das wollte das Spiel, dass ich einmal sterbe. Genau, damit ich verstehe, wie ich wiederbelebt werde. Ich werde nämlich einfach wiederbelebt. Zack, da bin ich. Okay. So, also, wir gucken nochmal kurz in unser Inventar. Wir haben natürlich unseren Ressourcenbeutel. Und wir haben die Genossenspitzhacke. Genau, ich glaube, diese Genossenspitzhacke, nein. Ich wollte gucken, es gibt, glaube ich, noch ein anderes Unterinventar. Die habe ich gekriegt, weil ich, also die gibt es quasi nicht regulär. Ist ein Bonus für so Vorbesteller, glaube ich. Oder Leute, die gleich das Spiel jetzt gleich gekauft haben. Not eine Ressourcenbeutel. Ich habe nicht genutzt, dass ich eine Ressourcenbeutelung. Ich habe eine Ressourcenbeutelung. Ich habe immer wieder verletzt, wenn ich das nicht verletzt, wenn ich das nicht verletzt habe. Ich habe einen Ressourcenbeutelung. Ach ja. Weiß nicht, alles schlecht unter Honecker? Tadah! Ich bin jetzt schon ein Komrad. Geil. Eigentlich noch nichts gemacht und schon bin ich hier Ehrenbürger quasi. Ich habe Großbürgerpapiere erhalten. Dazu zählt dann Wohnsitzbau und das Wahlrecht für Bürgermeisterwahlen. Wir klicken mal weiter. Ich kann Objekte herstellen und hochwertigere Werkzeuge in Werkzeugbuden kaufen. Tadah! Einen Wohnsitzgutschein habe ich gekriegt. Cool. Damit kann ich einen Wohnsitz in der Stadt kaufen. Mein Gott, ja! Und ich habe ein Jetpack als Kaufbonus für das Großbürgertum. Genau, das Großbürgertum-Paket. Das haben wir hier. Neue Klamotten. Das haben wir hier uns installiert und deswegen kriegt man von Anfang an diese Boni. Sonst müsste man die sich hart erhacken. Das ist der Grafikstil, ne? Das ist der Grafikstil, ne? So, wir haben Werkzeuglizenzstufe 1 bekommen. Da freuen wir uns. Und was gibt es jetzt noch? Nochmal neue Kleidung. Cool. Waffen können wir auch benutzen. Ja, ja, ja. Azt rein, so. Und lass mich raten, noch eine Klamotte? Ja, geil. Kampfuniform, Azt rein. So, haben wir es jetzt. Oh! Alter, man kommt gar nicht hinterher. Aaaaah! So. Slovak-Nam. Slovak-Nam. Geht zum U-Bahnhof und dann in die Stadt. Echt? Das heißen diese zwei Worte? Okay, ja. Also wenn ihr euch nach so einem harten Arbeitstag zu Hause denkt, Mensch, ich würde jetzt gerne ein Spiel spielen, bei dem ich noch härter arbeite. Und zwar für das Gemeinwohl aller, noch nicht mal für mein eigenes Bankkonto. Also dann ist das, glaube ich, genau euer Ding hier. So, was sollen wir jetzt? U-Bahn, genau. Also ganz klar, das ist jetzt nicht unbedingt die Spielwelt, das ist wirklich so das, die Lehre des Voids. Und die eigentliche Stadt, die sehen wir jetzt gleich erst. Und dann werdet ihr auch sehen, dass wir, anders als bei Minecraft zum Beispiel, nicht alles wirklich von vorne aufbauen müssen, sondern wir helfen quasi mehr der Gemeinschaft im Großen und Ganzen eben beim Aufbau. Also ihr werdet gleich sehen, wie das aussieht. Das ist schon speziell, das kann man sagen. Dieses Spiel hat einen sehr, sehr speziellen Ansatz, gerade und auch für so Crafting-Geschichten. Ja, hm, puh, also vielleicht schwirrt euch jetzt gerade schon so ein bisschen der Kopf und euch raucht die Birne und ihr denkt, was geht, was, hä? Wirklich, so ging es mir auch. Und es wird auch nicht unbedingt besser. Ich denke, es ist, glaube ich, angebracht zu sagen, dass das ein Spiel ist. Da muss man, glaube ich, ein bisschen daran arbeiten. Also man muss sich da echt reinfuchsen, das ist jetzt kein Ding, was sich sofort selbst erklärt. Man spielt zehn Minuten und dann flutscht das so. Sondern das ist, glaube ich, echt so ein bisschen tiefgründiger, als das auf den ersten Blick so erscheint. Beziehungsweise es funktioniert nach eigenen Regeln, nach denen andere Crafting-Survival-Geschichten vielleicht nicht unbedingt so funktionieren. Aber das werden wir gleich alles in der kommenden Stunde überprüfen. So, jetzt müssen wir auch langsam ankommen. Tadaa, da sind wir! Guck mal hier! Erste Trophäe. Geil! Wir kriegen auch schon einen täglichen Fleiß-Bonus, einfach nur, dass wir hier angekommen sind, danke. Jetzt gibt es wieder eine Belohnung. Geil! Und jetzt kriege ich direkt eine federe Spitzhacke, das freut mich. Und noch eine Belohnung. Also alle paar Sekunden passiert dir was, ohne Scheiß. Okay, das war's. Also, das... Alle paar Sekunden. Ich kann mich übrigens jetzt nicht bewegen. Die Erlaubnis für mehr Objekte, die an der Volkswerkbank hergestellt werden können, bleibe immer fleißig, aber der harte Trage zur Wachstum unserer Nation bei. Genau. Wir sind nämlich nur ein kleines Rädchen im gigantischen Zahnrad des wunderbaren Kommunismus. Also, jetzt in Ruhe, gucken wir uns endlich mal um. So sieht The Tomorrow Children also aus. Jetzt haben wir ein paar Freiheitszahler bekommen, sehr cool. Ein wirklich sehr, sehr abgefahrener Grafikstil. Erinnert mich so ein bisschen an den Film Coraline irgendwie. Also, es ist nicht exakt dasselbe, aber ein bisschen surreal, ein bisschen abstrahiert. Guten Tag. Wie man sich die Wahrheit zurecht biegt, ohne sie zu brechen. Da sprich doch gleich mal hoch vor Freude. Genau. Und das ist tatsächlich hier ein echter Mitspieler, beziehungsweise 2. Es funktioniert ganz kleines bisschen wie bei Dark Souls. Also, ich kann jetzt nicht wirklich mit denen interagieren. Die sind halt irgendwie immer da und dann verschwinden die auch wieder. Wir arbeiten hier aber quasi alle an einem Ziel, nämlich die Stadt größer und schöner zu machen. Und was hier passiert, das kann ich direkt mal zeigen. Das ist wirklich der DDR-Simulator. Wir können uns nämlich anstellen. Wirklich. Ich muss jetzt quasi warten, bis ich selber, genau, hier ins Bürgermeister ankomme. Und da kann ich regelmäßig vorbeischauen, um mir ein paar Punkte zu verdienen. Denn wirklich für jeden Quatsch gibt es Punkte. Hier sehen wir, ich habe 10 Fleißpunkte bekommen, nur dass ich die Stadt besucht habe. Und direkt hier beim Arbeitsministerium mal vorstellig geworden bin. Dafür gibt es direkt die ersten paar Pöntchen. Das heißt, wirklich egal was ihr macht, im Prinzip, es gibt für alles immer Punkte. Coupons werden verwendet, um zum Beispiel Objekte in Werkzeugbude zu kaufen oder bei Wahlen abzustimmen. Alles klar. Schauen wir uns mal ein wenig um hier. Ja, mit dem können wir labern. Hier können wir uns so ein bisschen nochmal dieses Propaganda-Video angucken. Das ist ganz interessant. Hier gibt es ein paar Informationen über die eigentliche Stadt. Zum Beispiel Uhrzeit. Es gibt 126 Leute in der Stadt. Wir können uns auch hier ein Städte-Ran-Listen-Ranking angucken. Das ist jetzt noch nicht so aussagekräftig, weil das Spiel gerade erst begonnen hat. Was wir hier sehen, sind Rohstoffe. Und wir können dann uns auch gleich mal daran machen, die Rohstoffe zu farben. Aber erstmal werde ich euch ein bisschen zeigen, was generell hier in der Stadt so abgeht. Also, hier zum Beispiel, das sind typische Shops. Man kann Sachen kaufen. Beispielsweise hier eine Taschenlampe für die Dunkelheit, eine Scherkre Taschenlampe, ein Vibrationsstampfer, ein Jetpack, das haben wir ja zum Glück schon, beziehungsweise es gibt bessere Versionen davon. Dann gibt es hier noch alles, was wir zum eigentlichen Farmen brauchen, wie zum Beispiel hier geilere Spitzhacken, Kettensägen, Schaufeln und so weiter und so fort. Jetzt passiert etwas. Der öffentliche Bus fährt regelmäßig zwischen Städten und Inseln und bringt fleißige Genossinnen zur Arbeit. Der sicherste Weg, den Volt zu überqueren und die nötigen Ressourcen für die Stadt zu transportieren. Probieren selbst aus und schließe sich dann Genossinnen sofort an. Ja, das machen wir gleich. Erstmal ist es unsere Aufgabe, die Sachen, die gerade hier vorbeigebracht wurden, in die richtigen Ablege-Orte zu bringen. Das heißt, es muss alles hier wirklich schön manuell per Hand gemacht werden. In der guten alten Planwirtschaft war das so. Und hier empfiehlt es sich natürlich, wenn möglichst viele Leute tatsächlich quasi so mitarbeiten. Und die beiden Dudes, die haben es echt voll begriffen. Ich bin mal fleißig und mach mit. Ja, komm schon. Das zum Beispiel ist Kohle hier. Oh Gott, ey, kann ich nicht mal drei Minuten am Stück hier was erklären? Okay, wir gehen nochmal ans Telefon. Hallo, mein Kind. Ein Rathaus ist nicht ein irgendein imposantes Bauwerk. Es wird verbessert, wenn genug Metall deponiert wurde und dient als Nibol für das Wachstum unserer Stadt. Wenn es wächst und beeindruckender wird, werde ich befehlen, dass die Anzahl der verfügbaren Unterkünfte und Werkwandpläne erhöht wird. Und jetzt gibt es weiterhin alles so normaler. Ja, ja, immer schön durch alte Parolen. Also quasi unser erstes unmittelbares Ziel ist tatsächlich, das Rathaus anwachsen zu lassen. Damit ist allerdings nicht alles getan. Wir müssen zum Beispiel auch ein bisschen Elektrizität für die Stadt produzieren. Und das demonstriere ich auch gerne mal. Das sieht nämlich so aus. Wir müssen jetzt hier mit der roten Linie in diesem blauen Streifen bleiben, bis die Zeit oben abgelaufen ist. Und dann hat die Stadt genug Elektrizität. Und ich kriege dafür eben ein paar Fleißpunkte. Und je mehr Fleißpunkte ich habe, desto schneller kann ich meine eigentlichen Attribute erhöhen. Das werde ich euch gleich ganz sicher auch nochmal zeigen können. Ich glaube, dahin kommen wir auf jeden Fall nochmal. Und das ist so eine Geschichte. Das ist natürlich völlig freiwillig. Ich muss das nicht machen. Also irgendjemand wird das schon machen. Beziehungsweise irgendjemand sollte das schon machen. Aber ich weiß eben, dass die Stadt als Gesamtes davon profitiert. Und eben ich auch, weil ich dafür eben wie gesagt immer so ein paar Pünktchen bekomme. Deswegen arbeiten wir jetzt diese Schicht mal ab. Ah nein. Und haben jetzt schon 65 Kilowatt produziert. Das ist ganz ordentlich. So, schön weiter. Jawohl. Nein, ja, nein, ja. Und gleich ist vorbei. Achtung. Na ja, kommt schon. Tada! Genau, denn wenn die Stadt keine Energie mehr hat für das Stromausfall und das ist ganz schlecht, dann geht hier gar nichts mehr. Das war also schon mal ganz ordentlich. Und was wir jetzt mal machen, jetzt werden wir auch mal ein bisschen fleißig sein. Wir warten jetzt mal hier auf den Bus. Der kommt dann gleich wieder. Und was da hinten abgeht. Ach, das zeige ich euch jetzt schon. Denn eine Besonderheit bei Tomorrow Children ist tatsächlich, dass es nicht nur um Craften und so ein bisschen Zusammenarbeiten und Strategie und so weiter geht. Sondern man muss tatsächlich auch seine Stadt immer wieder verteidigen von diesen Riesenviechern, die am Horizont rumrennen. Die sind jetzt eigentlich nicht wirklich gefährlich, weil die wahnsinnig weit von unserer Stadt entfernt sind. Aber es kann durchaus passieren, dass sie irgendwann mal ihren Kurs ändern und uns immer näher kommen und dann einfach mal stumpf alles niedertrampeln, was ihnen so entgegenkommt. Deswegen gibt es hier so ein paar Kollegen, die haben sich dann direkt mal an die Haubitzen gestellt und, ach, lass mal fallen, und arbeiten daran, dass diese Monster am besten der Stadt gar nicht näher kommen. Das könnte ich jetzt theoretisch auch machen, aber weil ich weiß, dass wir die von dieser Entfernung eh nicht erreichen werden, brauche ich mich da jetzt gar nicht heranstellen. Das ist eigentlich Quatsch, also hier wüßt ihr in die Gegend rum zu ballern. Das heißt, wir warten jetzt echt lieber auf den Bus, weil ich jetzt richtig farm- und hackgeil bin. Ich möchte jetzt auch mal beitragen, dass hier ein paar geile Sachen geerntet werden. Da! Ah, da ist der Bus! Nicht verpassen, nicht verpassen! Schnell hin! Noch Cola einsammeln hier, zack, zack. Oder Chips. So. Okay, das ist jetzt eine komische Sicht. Ich stehe jetzt aber quasi im Bus. Und wir müssen jetzt warten, dass der Bus losfährt. Der bleibt dann irgendwie immer so 15, 20 Sekunden hier und dann fährt er auch schon wieder ab. Nehme ich jetzt gleich. Genau, man sieht, ohne dass Leute sich absprechen, die einen laden so ein bisschen ab und die anderen stellen sich jetzt schon in den Bus und warten eben darauf, dass es gleich losgeht. So. Ja, das ist jetzt einfach nur eine doofe Ansicht, weil da so ein blöder Baum davor ist. Ich hoffe, gleich sieht man so ein bisschen mehr. Der müsste jetzt auch gleich losfahren, der Bus. Na also. Ja, es sind jetzt nicht so viele, gerade mal zwei und davon bin ich einer. Aber weil die Stadt noch nicht so groß ist, ist das jetzt glaube ich auch nicht so müß. Ihr könnt euch denken, je größer die Stadt wird, desto mehr Materialien und Rohstoffe muss man anschleppen. Und dann empfiehlt es sich natürlich dann auch, dass mehrere Leute gleichzeitig immer zu so einer Arbeitsschicht fahren. Und dazwischen immer schön ein paar stramm kommunistische Märsche. Ist ja auch ganz nett. Die Partei, die Partei, die hat immer recht. Die Partei, die Partei, die Partei. So. Das wurde hier schon geerntet von den Leuten. Sehr cool. Wir steigen aus. Genau. Und wir legen gleich mal fröhlich ab hier. Alles drauf. So. Warte mal. Irgendwie geht doch auch hier automatisches Laden. Wie war das denn? Automatisch? Ist das automatisches Laden? Bewegt sich das? Okay, ne. Irgendwie nicht so. Das heißt nochmal schnell hier alles drauf. Ah, okay. Jetzt ist alles voll. Und willst du warten nochmal kurz? Wir überwachen natürlich auch richtig schön, ob alle Genossen ihren Dienst tun. Der Busfahrer tut seinen Dienst. Alles klar. Und ihr seht, das finde ich ganz nett. Da hinten ist halt wirklich unsere Stadt. Und wir müssen den Bus nehmen, weil man diesen Void eben nicht überqueren kann, ohne zu versinken. Und das ist nicht so gut, denn dann stirbt man. Und ihr fragt euch, was zum Geier ist das? Ja, das ist dieser sehr, sehr surreale Stil, den das Spiel hat. Das ist nämlich tatsächlich unsere, ja, unsere Arbeitsstätte. Hier können wir Sachen abtragen. Hier ist es wahrscheinlich, ja, ne, ich wollte gerade sagen zu dunkel. Aber hier ist es dunkel. Also schnell ins Helle, schnell ins Helle, schnell ins Helle. Ah, schnell hier durch. Wir wollen nämlich nicht sterben. So, und jetzt könnte ich zum Beispiel anfangen. Genau, hier ist kein Rohstoff dahinter. Das gibt mir irgendwie immer nur ein paar Punkte. Ich habe aber das Gefühl, ach Gott, wo ist denn meine Laterne? Jetzt, ach Gott, ich hätte eine Laterne kaufen sollen. Es fängt ja schon wieder gut an hier. Okay, also hier sollten wir uns nicht weiter rumtreiben, denn da drin ist es sehr, sehr dunkel. Und ohne Laterne haben wir ein echtes Problem. Deswegen gucken wir doch mal hier, ob sich hier irgendwelche geilen Rohstoffe verbergen. Ne, noch nicht so richtig. Das ist tatsächlich echt immer so ein Glücksspiel. Also es empfiehlt sich immer, überall mal rein zu gucken, um zum Beispiel an Material zu kommen, wie Diamanten, Metall, Früchte. Diese Meta- Ah, hier, hier können wir in Ruhe hacken. Das ist doch wunderschön. Es gibt also auch natürliche Lichtquellen, was auch wirklich sehr wichtig ist, denn ich kann nicht der Einzige sein, der vergisst, ohne Laterne hier arbeiten zu wollen. Ihr erahnt aber auch schon das Problem so ein bisschen, ihr habt es gerade gesehen. Diese Spitzhacke, die hält natürlich nicht ewig. Das heißt, ich weiß gar nicht ganz genau, wie oft ich hier noch hacken kann. Das werden wir gleich rausfinden. So, da möchte ich rüber, denn ich glaube, das ist Kohle da drüben oder so. Oh nein, hier ist es dunkel. Ja, aber das geht. Ah, da hat sich auch schon mein Level erhöht. Cool. Ich kann mich stärken, indem ich mir selber Großbürgertum Punkte zuweise. Das sind quasi, ja, wie so ein Level Up und man kann da eben sich selber Punkte zuweisen. So, das verstauen wir jetzt alles schön. Wir haben zumindest jetzt gerade ein bisschen Kohle geerntet für unser Kollektiv. Ja, schnell raus aus dem Dunkeln. Oh, ich weiß gar nicht, wie lange man hier so überleben kann. Ich möchte es aber nicht übertreiben mit meinem Glück hier. Ja, aber probieren wir es hier doch nochmal. Zack, zack, zack. Ja, ich glaube, so wahnsinnig viel wird jetzt hier nicht sein. Und meine Spitzhacke ist ja demnächst eh im Arsch. Entschuldigung. Oh, was haben wir denn da? Okay. Ich... Ich nehme mal... Ja, genau. Jetzt ist es nämlich schon kritisch hier. So, und jetzt ist mein Inventar irgendwie auch schon voll. Ich kann das nicht mal verstauen. Ähm, ja, das heißt, wir müssen es jetzt doof liegen lassen. Und einfach mal abladen. Wir gehen also zurück zur Abladestelle. Warte mal, äh, war das hier? Ja. Oh, da kommt auch schon der Bus. Ja, sehr gut, gutes Timing, gutes Timing. Gutes Timing, gut, ich schreibe mich schnell hin. Und da prasseln die Pünktchen in der Sky. Ja, guck mal hier, also ein bisschen was habe ich ja... Also ein bisschen was kommen wir ja schon rum. So. Ich bin nicht ganz sicher, wie dieses automatische Laden funktioniert. Also... Ich habe jetzt zwar... nochmal die Taste gedrückt. Aber ich bin nicht ganz sicher, wie und wann sich der Wagen von alleine füllt. Also ob man das wirklich manuell machen muss? Hier, automatisches Ladenkreis. Ja, okay. Okay, da würde ich auch erwarten, dass jetzt irgendwie das Ding voll wird von alleine. Nein? Okay, gut. Okay, jetzt steht hier noch voll viel Kram, ey. Sau dumm war das. Ja. Ach, ich fahre noch mit... Nein! Scheiße, zu spät. Shit! Shit! Okay... Okay, das hatte ich auch noch nicht. Ja... Genossen-Spitzhacke. Ich bin mir nicht ganz sicher... Ja... Ich würde die jetzt irgendwie gerne mitnehmen, diese Spitzhacke. Oder aufmachen oder irgendwas. Aber... Hm... Ja... Also ist das mir noch nicht ganz klar. Ich habe ja schon gesagt, es sind einige Dinge noch nicht ganz klar. Klar ist mir aber, dass ich vielleicht diesem Vieh hier aus dem Weg gehen sollte. Boah, was wird passiert, wenn der Bus kommt? Kannst du auch den Bus kaputt machen? Und ihr seht schon, also wirklich aggressiv sind die im Prinzip nicht. Es ist, äh, habe ich das Gefühl eher so, dass manchmal das einfach, dass man so das Pech hat. Hey, halt nämlich mit, kleiner Freund! Ja, ja, so sind sie, die Volksgenossen. Egoistische Schweine! Äh, dass man manchmal einfach das Pech hat, dass so eine Stadt sich im Weg von so einem Vieh befindet. Oh, da ist jemand gestorben. Helfen. Ja, wiederbeleben, na klar. Wir wollen sein, ein einig Volk von Brüdern. Zack, jetzt habe ich ein bisschen Leben verloren, aber dafür... Da... Ich weiß nicht, warum ich hier angepfiffen werde. Aber auch dafür gibt es natürlich Punkte. Und gleich müsste auch der Bus schon wieder kommen, da kommt er. Ich weiß echt nicht, ob das so smart ist, nachts hier noch so rum zu hängen. Was fällt denn da runter? Ah! Geil, so eine Matroschka-Puppe. Habe ich die nicht eingesammelt? Wo ist sie denn jetzt? Ey Leute, wirklich, ohne Scheiß, das Spiel, das ist mir einfach ein Rätsel. Ich habe so viel noch nicht gecheckt, ne? Ey, das meine ich mit, man muss wirklich ein bisschen arbeiten mit dem Spiel. Und an dem Spiel. Oh, guck mal halt. Alter, guck mal hier, meine Kollegen da hinten aus der Stadt beschießen sind aber Hardcore. Geil. Und dann kommt schon das nächste da hinten. Ah! Bus! Nee, Kumpel. Aber ich würde echt gerne mal wieder zurückfahren hier. Ich habe keine Lampe. Kein nix. Meine Spitzhack ist bald im Arsch, also ich würde gerne mal wieder zurück in meine Hood. Boah, krass. Alter, was geht jetzt ab? Oh, oh. Jetzt haben wir es sauer gemacht, jetzt haben wir es sauer gemacht. Und was kommt denn jetzt? Ohne Schatz, das habe ich noch nie gesehen. Ich habe es eh nur ein paar Minuten mal gespielt vorher, aber das ist mir tatsächlich neu. Was geschieht jetzt? Oh, 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 oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Das kann nichts Gutes für die Stadt bedeuten. Alter Schwede. Man muss das viel doch bestimmt auch irgendwie töten können, oder? Oder zieht es jetzt einfach weiter? Da kommt der Bus, ich will jetzt hier weg, das ist mir alles zu creepy. Ohnehin, ey, Leute, guck dich mal um. Was ist das denn hier für eine abgefuckte, surreale Minuswelt? Was ist das denn hier alles? Ich will hier nicht sein, ey. So, alles mal schön draufladen. So, laden, 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 laden. So, ich will das Risiko nicht eingeben. Die anderen haben genau dieselbe Idee. Kein Bock mehr aufs Ab- und Fährladen. Ich will zurück in die Stadt, ey. So, und jetzt fährt der Bus auch gleich los, hoffe ich. Und dann haben wir auch ein bisschen mehr Ruhe. Vor allem kümmern wir uns dann mal nur um uns. Das ist halt, das wird man sich gedacht haben können bei so einem Crafting-Dings. Man muss halt wahnsinnig viel beachten. Und als jemand, der noch nicht so irre viel von diesen Spielen gespielt hat, das ist jetzt ein Genre, in dem ich nicht unbedingt zu Hause bin, mache ich natürlich jetzt wahnsinnig viele Anfängerfehler. Also ich habe nicht daran gedacht, dass ich natürlich eine Laterne kaufen muss, weil es nachts dunkel wird. Ich habe nicht daran gedacht, dass meine Spitzhacke irgendwann kaputt geht. Puh, man muss echt sehr, sehr viel beachten. Und das kann einem zuweilen schon mal so ein bisschen über den Kopf wachsen, alles. Zumal das Tutorial, habt ihr ja gerade gesehen, jetzt auch nicht so übermäßig in die Tiefe geht. Also so die Grundzüge werden dann schon erklärt, aber man muss auch viel selber rausfinden. So, mal gucken, wie es der Stadt geht hier. Das ist, das fühlt mich jetzt sehr. So, ich würde gerne aussteigen. Ne, Moment mal, das ist doch gar nicht unsere Stadt. Wir sind hier bei der nächsten Arbeitsstelle. Oh Gott, nein. Ich will hier nicht weiter farmen. Ach, Kacke, Mann. Ist doch alles dunkel, was soll ich denn machen? Ich habe keine Laterne jetzt. Oh, da ist so eine Puppe. Warte mal, die sind echt wichtig. Hier, Moment, die nehmen wir mit. Ja, ich habe eine Matroschka gefunden. Und das ist super, denn Matroschkas können, geil, können die Bevölkerung der jeweiligen Städte, toll, das ist wirklich, ey, wie bei mir morgens im echten Leben, ohne Scheiß, ich verpasse auch immer den Bus, jedes verdammte Mal. Genau, können die Bevölkerung der jeweiligen Städte erhöhen. Das heißt, diese Matroschkas sind bisweilen fast ein bisschen wichtiger als so Metall und so. So was gibt es eigentlich mehr oder minder an jeder Ecke. Aber wenn wir wollen, dass die Städte wachsen, dann brauchen wir echt immer wieder diese Matroschkas. Genau, hier so ein Apfel. Da kriege ich ein bisschen Energie zurück. Das machen wir einfach mal. Danke. So, aber ich meine gut, wenn wir schon mal hier sind, dann nutzen wir die Zeit doch. Wo es nicht dunkel ist, kann ich ja auch noch gut gelaunt ein bisschen arbeiten. Mit wem viel Spaß hier auch dabei ist. Zack, zack. Okay, sehr gut, dass das alles runterfällt hier. Ich will aber nicht den Bus verpassen. Vor allem, ich dachte wirklich, der fällt mich jetzt mal ganz cool zurück zur Stadt, aber nö. Von einer Nachtschicht zur anderen werde ich hier gefahren. So, verstauen. 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 Oh, da ist ja noch so eine Puppe. Oh, warte mal. Guck mal, hier ist es schon dunkel. Hier wird mir schon ein bisschen Energie abgezogen. Hier darf ich mich echt nicht lange aufhalten. Hm. So, aber hier ist doch gerade was runtergefallen. Mein Inventar ist wahrscheinlich gleich auch schon wieder leer. Äh, voll. Oder wie das Wort heißt. Ich sammle Punkte ein, weil wir gerade ganz fleißig waren. Und dann nutzen wir eben die Zeit und stellen schon mal ein bisschen hier was in die Verladezone. Warum fallen dann immer Dinge hier runter? Ah, ich verstehe ja das nicht. Ein einziges Rätsel dieses Spiel. Oh, da kommt der Bus hin, oder? Auch so ein Satz. Da kommt der Bus dahinten, ey. Früher haben wir Videospiele gespielt, um uns mächtig und stark und wie Superheld zu fühlen. Und jetzt spielen wir ein Spiel, was unseren Arbeitsalltag simuliert. Ich muss zum Bus. Ich muss zur Schicht. Ich muss arbeiten. Aber ich meine, nee, es gibt andere Leute, die spielen den Landwirtschaftssimulator oder den Busfahrersimulator. Oder den Gas-Wasser-Scheiße-Simulator. Aber warum dann nicht auch hier in The Tomorrow Children? Ach, genau. Ja, jetzt verstehe ich's. Guck mal, das Gesicht da hinten mit den beiden Bomben drauf, dieses surreale Gebilde, das war unsere Arbeitsstation, bei der wir gerade waren. Das heißt, der Bus fährt wahrscheinlich echt eine große Runde. Und ich hoffe, dass er, wenn er gleich wieder hier ist und abfährt, dass er uns dann echt nach Hause bringt. Mir war nicht klar, dass er wirklich einfach nur zwei Stationen abfährt und nicht nur eine. So, guck mal, eine Leiter. Oh, da gibt's ganz viel von diesen Puppen. Aber ich glaube, ich kann mehr als eine eh nicht mitnehmen. Deswegen gehe ich auch hier jetzt kein Risiko ein. Ich warte, dass der Omnibus kommt. Verlade schnell und dann steige ich einfach wieder ein. Und dann geht's ab. Ab nach Huf. Feierabend. Jetzt haben wir schon 40 Minuten gezockt. Ich fasse es nicht. Ja, Schepper, Schepper. Ja, Moment, aber die Matroschka will ich jetzt auf jeden Fall mitnehmen. So, warte, das ist ganz wichtig. Wo ist die Puppe? Wo ist die Puppe? Ja, 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 ja. Yeah, geil. Das ist das Allerwichtigste. So, nochmal schnell. Komm schon. Nochmal schnell. Was war das denn? Du, äh. Wie blöd war das denn jetzt? Warum schmeißt ihr das Ding denn einfach über die Rampe? Ah, guck mal hier. Das mit diesem automatischen Verladen, ne? Das muss ich mich noch genauer mit beschäftigen, wie das genau funktioniert. Es ist offenbar nicht nur mit einem Knopfdruck, wie ich das immer so denke, aber es geht. Aber gut, hat ja funktioniert. Das ist ja das Schöne, wenn man gemeinsam quasi an einem großen Ziel arbeitet. Nein, jetzt fahr nicht zu der anderen Werkstätte da. Ich will nach Hause. Ohne Scheiße, ich bleibe jetzt im Bus. Ich bleibe im Bus bis ich nach Hause komme. Genau, das wollte ich sagen. Das ist ja nett, wenn man zusammen quasi für ein großes Ziel mitarbeitet. Wenn man sich ein bisschen blöd abstellt, so wie ich, dann hat man im besten Falle jemanden, der das weitaus besser kann und alles schon gecheckt hat. Und der ist dann für einen da und merkt es einem so ein bisschen die Fehlerchen aus, die man macht. Ach krass, guck mal, die haben das Vieh echt kaputt geballert. Da liegt's. Geil. Äh, ich habe hier spitzen Dudes bei mir in der Stadt. Super gut. Wundervoll. Diese Ansicht, ne? Also die können wir vielleicht nochmal überarbeiten. Was ist das denn für eine Perspektive hier? So, aufsteigen bitte. Jawoll. Juhu. So, ha, ha, ha. Jetzt machen wir folgendes. Wir gehen mit dieser Matroschka an einen dieser, ja, wie nenne ich's, Erweckungspunkte. Das ist nicht der korrekte Terminus, aber, hm. So, warte mal. Sie sehen so ein bisschen aus wie so Teleportationspunkte auf dem Boden. Ich suche und suche, habe allerdings noch keinen gefunden. Ja, das ist jetzt natürlich so ein Tick ungeil. Und mir schwankt gerade die ganze böse Vorahnung, dass wir sowas an unserer Stadt einfach noch nicht gebaut haben. In anderen Städten habe ich das schon gesehen. Ha, 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 geil. Oder hier nochmal gucken. Nein, gibt's hier nirgendwo? Niemand? Nobody? No? Keine? Nee? Okay. Na gut, dann, guck mal hier, ey, wie geil das aussieht. Doch da, hier, da sind sie. Super gut, hier, platzieren. Das habe ich noch nie gemacht. Okay. So, und wenn ich das richtig verstanden habe, müsste hier raus dann irgendwie bald neuer Bürger, ja, cool, neuer Bürger entstehen, also so ein neuer NPC. Und dafür gibt's dann direkt auch hier fett Punkte, geil. Juhu, da freue ich mich. Und wir können auch gleich mal ein bisschen Punkte verteilen und mein, ähm, mein Avatar hier ein bisschen aufleveln. Aber vorher interessiert mich, was jetzt hier, vielleicht dauert das auch einfach nur ein bisschen. Na gut, also wir stecken aber schon mal ne Lampe ein. So, und jetzt gehen wir mal, nee, das ist alles falsch, Leute, ihr könnt das doch nicht einfach hier so hinwerfen. Genau, jetzt gehen wir mal in das Optionsmenü und wir sehen, wir haben zwei Bonuspunkte durch unsere hervorragende Arbeit fürs Kollektiv bekommen und können uns jetzt ein bisschen verbessern. Zum Beispiel dahingehend, dass ich, ähm, einen Platz im Ressourcenbeutel bekomme, das finde ich total geil. Zack, so ein bisschen das No Man's Sky Phänomen, das allergeilste, was man kriegen kann, ist, äh, größeres Inventar. Und hier schneller graben, bohren, fällen, gibt's keine Angst vor Dunkelheit oder Treffern. Ich bin unzerstörbar, uiuiui, keine Angst vor Dunkelheit oder Treffern, das ist natürlich auch geil. Oh, das nehme ich, tapferkeit, super gut, bestätigen. Und so möchte ich meine Bonuspunkte verwenden. Hervorragend! Cool! So, das ist die Werkbank. Ich könnte mich jetzt hier anstellen, um gleich auch ein bisschen was zu craften, denn wir dürften jetzt wirklich einiges an Material hier zusammengefummelt haben, wie man hier sieht. Und da können wir, glaube ich, auch einiges herstellen. Was ich aber gerne machen möchte, wenn das erlaubt ist hier, ich möchte mal ein Haus bauen. Ich brauche nämlich auch mal einen Wohnsitz. Äh, Ja, da haben wir schon das Problem. Die Wohnsitzgrenze dieser Stadt wurde erreicht, erweitert das Rathaus, um mehr Wohnsitze zu bauen. Ich könnte jetzt auch mit der U-Bahn in eine andere Stadt reisen. Äh, die sieht dann, ja, anders aus als diese, funktioniert aber... Oh! Oh! Alter, Angriff! Angriff! Was geht da? Shit! Okay, ich komme meiner Bürgerpflicht nach und baller aus allen Rohren. Okay, Rathaus brennt! Ich glaube, ich fahre doch in eine andere Stadt. Oh shit, ja, was machen wir denn jetzt, wenn das Rathaus brennt? Komm, müssen wir es löschen? Was geht ab? Wo ist das Rathaus eigentlich? Yeah! Scheiße, Mann! Oh, nee, okay, die Stadt gefällt mir spontan doch nicht mehr. Macht's gut, ihr Trottel, ich muss weg. Ihr kommt klar, oder? Alles cool? Ja. Und tschüss. Jo, alles klar, das war diese Stadt. Ich bin sicher, der geht's gut. Jetzt kann man sich aussuchen, Städte von Freunden, weil das Spiel ganz frisch auf dem Markt ist. Es hat aus unserer Freundesliste hier noch keiner eine Stadt gebaut. Städte mit Veranstaltungen gibt's auch noch nix. Wiederhergestellte Städte zu Städten mit hohem Größenmandat. Ach, hier, Arzburg. Arzburg klingt gut. Wir reisen jetzt nach Arzburg. Alter, was bin ich eigentlich für ein Schwein? Hau einfach ab, wenn's brenzlig wird. Aber gut, also bevor ich da jetzt noch ewig rumarbeite, hier, das Rathaus brennt ja nun. Ich glaub, wir haben nicht mal eine Feuerwehr oder was. Ich weiß gar nicht, ob's eine Feuerwehr gibt. Da sag ich doch einfach, ähm, tja, dumm gelaufen. Oh, ich bin sicher, der nächsten Stadt geht's viel, viel besser. Scheiße. Ich bin mir übrigens auch noch nicht ganz klar, was exakt das Endziel eigentlich ist. Also, ich weiß, dass Städte irgendwann, ähm, Entschuldigung, irgendwann aufhören zu wachsen. Und dann heißt es cool, die Stadt ist zu voller Größe wiederhergestellt und man kann weiterreisen. Ähm, aber ob's tatsächlich wirklich einen, einen Endpunkt gibt, ein Endgame, da bin ich mir nicht so sicher. Nicht so sicher bin ich mir im Übrigen auch, ob man hier ein Haus bauen kann. Ich hol mal jetzt hier meine Hausbaupapiere raus. Ja, das ist natürlich geil. Geil gebaut hier für den Bus. Hier sind wieder Experten am Werk. Ähm, deswegen gucken wir mal, ob irgendwo ein freies Plätzchen ist und wenn ja, ob wir überhaupt noch Häuser bauen dürfen oder ob die Obergrense auch schon erreicht wurde. Och Gott, okay. Na gut, ähm, man kann prinzipiell bauen, ich war aber noch nicht fleißig genug. Ähm, was eigentlich auch nur fair ist, denn ich bin ja jetzt irgendwie ganz feige von meiner alten Stadt geflüchtet und zecke mich hier so rein. Ähm, von daher kann ich schon nachvollziehen, dass sie sagen, Leute, äh, aber erstmal wollen wir hier was sehen von dir. Ein bisschen arbeiten und dann kannst du auch dein geiles Domizil hier errichten. Ähm, ja, gucken wir doch mal. Nee, äh, wo ist die Werkbank? Man muss sich ein bisschen orientieren jedes Mal hier. Warte mal, äh, wo ist denn die verdammte Werkbank? Da ist die Werkbank. So, wenn keiner gerade dran steht, nee, ist keiner da. Das heißt, wir gucken einfach mal, ob wir was craften können gerade. Ah, ein Wohnhaus zum Beispiel, ein Apartmenthaus, ein Laufbandgenerator, Wärmeenergiestation. Ähm, die anderen Sachen sind noch nicht erlaubt. Auf der... Ach so! Wir brauchen ein Rettungsapparat, um aus dem Matroschkas menschliche Form zu machen. Ey, geil, dann bauen wir das. Ach so, wurde bereits hergestellt. Nee, dann bauen wir es nicht. Gewerkschaftsladen, Militärwahllager, Elektronik, Polizeistation, ähm, Volkskirche. Nee, bloß... Bloß keine Religion. Äh, was brauchen wir denn? Was brauchen wir denn? Was brauchen wir denn? Ach komm, Polizeistation. Vielleicht könnt ihr uns auch helfen, wenn ihr totale Panik ausbricht. Ach so, wurde auch bereits hergestellt. Ja, was wurde noch nicht hergestellt? Wahlplakat vielleicht? Ja, ach, ist glaube ich nichts Großes. Machen wir mal. So, das ist geil. Um irgendwas herzustellen, müssen wir so ein Schieberätsel hier lösen, was teilweise wirklich... Ach so, nee, ach. Ein bisschen fummelig ist, da muss man sich nämlich erst mit der Steuerung arrangieren. Ähm, nee, das ist so nicht ganz korrekt. Äh, äh, nee, warte mal. Was, wie? Äh, äh? Äh, nee, was muss denn die Mitte... Blau, genau, und... Äh, so. Das letzte Teilchen wird dann quasi automatisch dazu gesetzt. Ist ein System, ähm, ich glaube, das wird vielleicht auch nicht jedem gefallen, aber ich finde es zumindest einigermaßen originell, dass man nicht einfach nur wartet, bis eine Uhr runtertickt, sondern um zu craften, muss man halt echt so ein kleines Schieberätsel lösen. Man könnte sich auch die Lösung erkaufen quasi, wenn man jetzt irgendwie nicht in der Lage ist, das zu lösen, weil die Zeit nicht reicht oder man noch nie gute Schieberätseln war. Ach, hallo. Dann, äh, kann man quasi die Lösung auch kaufen. Das kostet ein paar Dollar, aber das ging ja irgendwie noch gut, deswegen ist das kein großes Problem. Ach so, Wahlplakat, ja, wo bauen wir das hin? Ähm, pff, hier, keine Ahnung. So, bauen, zack. Ja, will ich bauen. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt so dauert, das müsste aber relativ fix gehen. Gucken wir mal hier, meine Kreation. Derweil unterhalten wir uns nochmal. Fast alle Bauwerke haben Mandatskosten. Wenn du mehr Gebäude errichten möchtest, arbeite mit deinen Genossen zusammen, um das Limit anzuheben. Indem du Monumente verdienst und das Rathaus verbesserst, steigt die Mandatsgrenze steigen. Steigen? Die Mandatsgrenze an einer Stelle? Steigt die Mandatsgrenze an einer Stelle? Na ja. So, was ist das? Keine Ahnung. Bing, bong. Was kann schon Schlimmes passieren? Verbrät die Hexe. Pff, keine Ahnung. Rufe ich jetzt Leute zusammen, oder? Ja, hm. Ich weiß nicht ganz genau, was es gebracht hat. Aber ganz falsch wird es schon nicht gewesen sein. Okay, hier gibt es, glaube ich, auch schon ein bisschen mehr. Die haben, glaube ich, einen Laden mehr schon gebaut. Ach, genau, guck mal, hier. Können wir zum Beispiel neue Klamotten kaufen. Lebhafte Quelle Madame Lila. Ja, ähm, ja, nö. Also, das ist mir jetzt eigentlich egal. Brauchen wir nicht. Keep going, sehr nett. Wo klingelt's? Wo ist der Bus? Ich würde nämlich fast ganz gerne da noch mal ein bisschen arbeiten gehen jetzt gerade. Ach, verdammt, da fährt er gerade ab. Was ist das hier? Ach so, eine Fahrzeuglizenzstufe 1 bräuchte ich. Das haben wir noch nicht, na ja. Ach so, aber warte mal. Wenn der Bus gerade abgefahren ist, dann sollten wir uns vielleicht mal eindecken mit ein paar Waffen. Die Schrotflin zum Beispiel. Och, nicht genug Coupons. Nein, was? Ich habe nur 30. Nur 30 Coupons? Ja, hm. Okay, dann kaufen wir keine Schrotflin. Dann muss es auch ohne gehen. Aber vielleicht gibt es irgendwas, was uns ein bisschen bei der Arbeit hilft. Spitzsacke, Schaufel. Was schafft aufsteigende Treppen bei Benutzung an Wänden und Abstände von Benutzung am Boden. Ja, aber dann habe ich aber gar nichts mehr. Nee, Spitzsacke. Ja gut, habe ich aber auch noch eine. Ich hoffe einfach mal, dass sie auch so lange durchhält. So, während wir warten, gucke ich noch mal, was wir hier machen können derweil. Ja, warte mal, wenn wir schon mal hier sind. Anti, okay, noch so ein Geschoss. Ja, ein Setzling. Oh, willst du einen Obst bauen? Genau, und habt ihr gesehen, so ein Apfel aus dem Obstraum, der kann mir ein bisschen Energie wiedergeben. Ah, Schwebepanzer haben wir auch schon. Das ist auch ganz geil. Buchstaben und Zahnfirmen, Dekoration. Wegweiser können wir bauen. Trittleiter. Mobiler Bildschirm, Laterne. Oh, okay. Helle Glocke, die alle Genossinnen hören können. Ja, aber ich weiß nicht ganz genau, was mir das exakt eigentlich bringen soll. Und man sieht rechts, wie viel es davon in der Stadt schon gibt. Also eigentlich gibt es so ziemlich alles. Hier 21 mal so eine Bodenlampe. Ah, da kommt der Bus wieder, glaube ich. Ja, nö, dann bauen wir nix. Geil. Ich mag es, wenn Geld einfach auf der Straße liegt. Arbeiten wir lieber aber ein bisschen daran, dass wir ein wenig Metall farmen. Das brauchen wir nämlich, um unser Rathaus zu verbessern. Und damit können wir dann die Mandatsobergrenze nein, nicht benutzen. Ja, obwohl auch doch. Ja, da werden sich andere Duos schon drum kümmern. Wir stehen jetzt einfach mal im Bus. Unknown Error, ja. Wirklich, also diese Perspektive, die finde ich echt seltsam. Aber gut. Genau, und wenn das Rathaus verbessert wurde, wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann ich auch die Mandatsobergrenze erhöhen, dann kann ich meine Gebäude generell verbessern und könnte zum Beispiel irgendwie auch mir endlich mein eigenes Wohnhaus dahin klatschen. Das heißt, ich bin jetzt gezwungen zu arbeiten, um die Stadt zum Wachsen zu bringen. Ja, aber richtig schnell ist der Bus aber nicht. Na gut. So, gucken wir mal. Zum Glück ist es ja noch Tag hell. Das heißt, die Dunkelheit sollte uns... Was denn jetzt? Wo sind wir denn jetzt? Hä? Was, was? Hä? Nee, Moment. Was? Ich will... Hä? Ich bin doch immer noch in der Stadt. Ich will zu meiner... Ach, Schicht fahren. Mann, ich bin hier freiziger Arbeiter und jetzt kann ich nicht arbeiten, oder was? Komm. Fahr ab. Ich wollte schon sagen, nicht, dass die Endhaltestelle ist. Aber das kann ja wohl nicht sein. Tadadam. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Ja, ich meine, hier diese Clipping-Geschichten habt ihr gesehen, so. Der Bus, der hat jetzt keine wirkliche Masse im Spiel. Der fährt jetzt einfach mal durch Objekte durch. Ist, glaube ich, aber irgendwie auch kaum zu vermeiden, wenn man als Spieler an alle Orte irgendwelche Dinge bauen kann. Dann kannst du, glaube ich, den Bus nicht so programmieren, dass der immer um alles vorbeifährt. Deswegen fährt er dann einfach über Sachen drüber und auch durch Leute durch und so. Finde ich aber jetzt egal. Also, es ist Pille-Balle. So, Ding-Ding. So, aussteigen, bitte. Danke. Nimm doch, du. So, Holz. Ja, aber echt noch kein Metall, ne? Also, wir haben hier ganz viel Holz und hier diese Diamanten, oder was das ist? Hier ein Äpfel-Jürgen. Wenn irgendjemand zu Hause so ein bisschen Stärkung braucht. Oh, ganz viel Geld, das brauche ich. Haha, erst mal in der Sonne. Äh, ja gut. Tschüss. Ach, guck mal. Sag mal, ist das dieselbe? Das ist doch dieselbe Städte, an der wir gerade schon mal waren. Sind die Städte so dicht beieinander, oder was? Ja, sieht so aus. Okay, ja, schau mal, mal gucken. So, Spitzhacke gezückt. Ja, ich hätte vielleicht doch mal eine kaufen sollen, die hält auch nicht mehr so wahnsinnig lang. Öh. Okay, das ist hier nichts, oder was? Nö. Na gut, dann gucken wir mal weiter. Ich könnte mich natürlich auch jetzt überall hier so rein... ...so reinbuddeln. Ich meine, also, das finde ich echt einigermaßen abgefahren, dass man jetzt hier nicht einfach, weiß nicht, in irgendwelchen Minen rumrennt, sondern echt so, ja, sich durch Köpfe und Steine, ach Quatsch, und Füße, also so Steine in Kopf und Fußform bewegt. Das ist schon einigermaßen skurril hier alles. So, mal gucken, was da oben ist. Vielleicht ist da oben ein großer Goldvorrat, also, man weiß es ja alles nicht. Ich bin der König der Welt. Genau, das ist unsere Stadt, ne? Ja, genau. Ja, hm, also so ergiebig scheine mir das aber jetzt hier nicht zu sein. Ach Gott, das hat mir schon Energie abgezogen, na ja. Äh, nein, 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 nicht runterfahren. So. Was heißt das? Was heißt das? Elektrizität, was? Strom? Hä? Was wollen die von mir? Hab ich nett. Ja, äh, das ist natürlich ein bisschen doof, also, ich kann auch, äh, nein, nein. Naja, ich weiß nicht, ob ich einfach keine stark genuge Spitzhacke hab, ähm, oder ob man die, ne, 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 okay, das kann man wirklich nicht abtragen, das sind wahrscheinlich, ähm, das sind feste Materialien. Allerdings ist das dann irgendwie hier so ein bisschen vergeblich, denn hier scheint irgendwie nichts zu sein. Nein, ich kann hier nichts abtragen. Ich guck nochmal, ist hier hinten irgendwas? Oder hier in der Mitte? Ja, 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 dunkle, dunkle, aua, aua. Nö, ja, das ist halt alles für Popo hier. Was mach ich denn jetzt hier? Das ist doch Quatsch. Ich dachte, das wird Gold oder was? Jetzt mal, ey, was, ernsthaft? Ich kann, ich kann hier nicht, das ist doch, das sind doch Goldklumpen oder sowas. Nö, macht er nicht, will er nicht. Ja, nö, tschüss. Blöd, blöd hier. Hier gibt's auch nichts. Ja. Ah, halt, ich steig aus. Ich steig aus. Lass mich raus, schnell, Geld einsammeln. Und wieder rein. Wenn's im echten Leben auch mal so ginge. Schnell rausspringen, einen 100-Euro-Schein einsammeln, der da rumliegt und wieder reingehüpft. Vielleicht brauche ich auch, das kann natürlich auch sein, dass ich einfach krasseres Werkzeug brauche, um diese Sachen abzutragen. Aber meine super Spitzhacke, die ist ja schon zerbröselt. Und ich habe jetzt nur das ganz normale Starter-Modell und damit kann ich nichts machen. Genau, und das ist hier der Void. Habt ihr am Anfang auch schon gesehen. Da versinke ich, wenn ich versuche, das Ding zu Fuß zu durchqueren. Und dann bin ich tot und habe also die Wahl, in der Stadt wieder aufzumachen und alles zu verlieren, glaube ich. glaube ich, was ich bis dahin gefarmt habe. Oder mich vom Kumpel wiederbeleben zu lassen, was unmöglich ist oder ausgeschlossen nahezu, denn im Void ist natürlich keiner. Oder ich kann Geld bezahlen und kann sofort an der Ordnungsstelle wiederbelebt werden, was aber auch Quatsch ist, wenn man sich mitten im Void auffällt. Weil dann stirbst du halt direkt zwei Sekunden später wieder. Das heißt, das macht keinen Sinn, irgendwie hier diesen Fußmarsch anzutreten. Man muss also auf dem Bus warten. Man kann aber mit diesem, wie heißt es, Vibrationsklopferer, okay, das hat nichts gebracht, kann man so eigene Steinwege bauen. Was geht denn hier, hallo? Was gibt's denn? Oh, guck mal, Egosicht habe ich auch. Das sieht creepy aus. Wieder an die Arbeit hier, Frau und Schweine. Ja, ganz genau. Ah, Hilfe. Oh Gott, okay, das ist gruselig. Mein Gott. Das Spiel symbolisiert die Ausweglosigkeit des Daseins und die Vergeblichkeit der Individualität. Das ist die einzige Lesung und Deutung, die diese Art von Spielzeugen zulässt. Aber hier, guck mal, er ist halt geil. Hier, irgendjemand, guck mal, super gut. Schütteln, ja, aber nicht den Typen, ne? Die sehen noch gruseliger aus als die echten menschlichen Spieler. Ja. Mampf, 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 brauchen wir nicht unbedingt. Warte mal, können wir eigentlich... Ich wollte mal gucken, ob wir gerade noch ein paar Bonuspunkte haben, die wir verteilen können, können wir aber nicht. Was ist denn hier? Warum sind denn alle? Was geht ab? Ich ermahne sie. Nee, dann gibt's, glaub ich... Ich lobe. Super gut. Ich weiß nicht, wir loben uns alle, glaub ich, hier voll gegenseitig. Das sind übrigens wirklich menschliche Spieler, ne? Also... Was ist denn los? Ah! Ich find das so creepy hier alles. Alle sind durchgedreht. Okay, ich hab nochmal gelobt. Nee, ohne Scheiß. Die sind alle kollektiv wahnsinnig geworden. Ob ich was Verdächtiges gesehen hab, fragen Sie, Herr Wachtmeister. Ja, hier. Was ist denn hier los? Entweder ist das örtliche Irrenhaus kollektiv zum Betriebsausflug ausgebrochen. Oder das ist die plumpste Verschwörung, die hier gerade geplant wird. Irgendjemand versucht, das System umzustürzen. Hier, also wenn Sie fragen, ob ich was Verdächtiges gesehen hab, guck mal da hin, Junge. So, wir checken aber mal, wer hat denn hier eine Leiter hingebaut? Okay, das ist, glaub ich, hier das Bürgermeisterhaus. Ich weiß nicht, wer hier eine Leiter angestellt hat. Ja, gut. Wir gehen aber mal rein. Ich glaub, dann kriegen wir nämlich... Ja, guck mal, hier massig Punkte kriegen wir jetzt. Für alles, was wir gemacht haben. Wir haben nämlich... Wir haben... Echt? Wir haben Gebäude errichtet? Kann mich gar nicht mehr erinnern. Guck mal, ich hab 38 Mal Lob von anderen erhalten. Das ist ja richtig gut. Ich hab nur drei Ressourcen auf dem Bus geladen. Na ja, gut. Ja, okay. Voll gut. Deswegen, also es lohnt sich echt, immer wieder hier mal vorbeizugucken. Einfach, um sich seine Belohnung abzuholen. So, und was ich jetzt... Ich weiß nicht ganz genau, wo und wie ich einsehe, ob die Stadt... Was ist das denn jetzt eigentlich schon wieder? Mein Gott, ey. Ob die... Ghost, Nachricht von Sam. Guck mal hier. Hilf mir. Ob die Stadt groß genug ist, um noch ein Haus hier hinzuklatschen? Wahrscheinlich nicht. Ja, ja. Erweitere das Rathaus, ja. Okay, so. Und das ist mir jetzt noch nicht ganz klar. Was exakt muss ich machen, um das Rathaus zu erweitern? Ich geh nochmal zur Werkbank. Vielleicht wird's mir da angezeigt. Also ich werde da irgendwie Ressourcen benutzen können. Oder müssen. Anschauen. Go vote. Okay. Ja, ja. Ja, ist gut. Alter, laber mich nicht. Das ist auch eine Szene. Da würde ich auch nochmal kritisch nachfragen, was hier eigentlich vor sich geht. Hallo? Kleiner Junge, kennst du diesen Mann? Ich unterbreche das Gespräch mal. Das ist besser für uns alle. Feierabend für heute? Ja, aber das ist jetzt kein Grund hier. Die Sonne geht unter. Ihr müssen mir unsere Sorgen ablegen, ja. Ja, aber was mache ich denn, wenn ich jetzt kein Haus habe? Wo soll ich denn meine Sorgen ablegen? Ich habe keine Butze. Ja, da will ich mal schön den Arsch gekniffen. Muss ich auf der Parkbank pennen, oder was? Was ist das? Ah, guck mal, das Monument haben wir schon. Oh, die Stadt hat schon einige Monumente. Ein Neugenerationen-Monument, ein Morgendemo-Monument. Und hier, vermute ich mal, sieht man auch, wie weit die anderen Monumente schon sind. Und Entschuldigung, was ist denn da hinten los? Okay, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, haben sich ein paar Leute verabredet und was haben die für einen Auftrag? Ah, ey, das durfte verdammt, echt ohne Scheiß. So, was haben wir hier? Verwenden, ja, wie denn? Ja, gute Nacht. Dann warte ich jetzt hier mal die Nacht ab, oder was? Ne, das kann doch nicht sein, ich muss doch irgendwie... Wo bleibe ich denn, wenn ich kein Haus habe? Hüte dich vor der Dunkelheit. Ja, aber wie nur? Oh Gott, ich wollte gerade sagen, stopp, stopp. Ihr könnt jetzt leider noch nichts bauen, denn irgendein Mitspieler ist jetzt hier gerade an der Werkbank. Und das funktioniert tatsächlich so, dass man echt warten muss, bis der Mitspieler hier fertig ist. Was auch immer er gerade baut. Aber wir können uns da jetzt nicht vordrängeln. Da wird sich schön angestanden und jeder kommt dann dran, wenn er dran kommt. Was ist hier, Disco? Was geht denn hier ab? Alter, ich verstehe das alles nicht, ey. Ja. Tja, ich kann nochmal gucken. Ja, Wohnsitz von Hitorio. Da kann ich... Ich weiß nicht warum, aber ich kann auch in den Wohnsitzen von Mitspielern offenbar meine Kleidung wechseln. Hier. Das haben wir noch, Kampfuniform. Hier, die Kampfuniform, wie ist scharf, die nehmen wir, zack, zack. Geil. Aber ein eigenes Haus habe ich nicht. Also ich weiß nicht, wie ich jetzt dazu komme, bei einem anderen Mitspieler einfach mal meine Kleidung zu wechseln. Aber gut, so soll es sein. Ja, das war eine Stunde mit The Tomorrow Children. Ihr habt jetzt möglicherweise mehr Fragen als vorher. Und ich habe am Anfang des Videos schon gesagt, mir geht es nicht ähnlich. Ohne Scheiß. Also so ganz grob in Grundzügen habe ich so die wirklich wichtigen Basics habe ich schon verstanden. Aber so wenn es um Detailfragen geht, wirklich, ich habe keine Ahnung, wie ich das Rathausarbeiter, ich weiß nicht, was ich mache, wenn ich kein Haus habe, ob das überhaupt wichtig ist, was so das große Endgame des Spiels ist. Also da muss man, glaube ich, echt noch einiges an Zeit investieren, um diese Fragen beantworten zu können. Und da sind jetzt natürlich so ein bisschen die Crafting-Experten von euch gefragt. Also ich will jetzt nicht immer die ganze Zeit mit dem Reizwort Minecraft um die Ecke kommen, denn nicht jedes Spiel, was so ein bisschen diese Crafting-Thematik bedient, ist ja gleich ein Minecraft-Klon. Aber man fühlt sich ja schon daran erinnert. Und auch ich als Nicht-Crafting- oder Nicht-Minecraft-Profi, das ist natürlich eine Assoziation, die ich habe. Ja, aber also wenn ihr euch extrem gut mit diesem Genre auskennt oder vielleicht auch schon Tomorrow Children jetzt ein bisschen gespielt habt, dann schreibt doch bitte mal in die Kommentare so, worum geht es? Was geht da ab? Was muss man beachten? Was habe ich alles falsch gemacht? Was hätte ich besser machen müssen? Wirklich, ich habe sehr, 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 sehr viele Fragen und ich habe das Gefühl, dass ich intellektuell dem Spiel nicht gewachsen bin. Zur Überraschung von keinem. Das war eine Stunde mit The Tomorrow Children. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch ein bisschen in den Kommentaren beteiligt oder irgendwie, weiß ich nicht, so ein Däubchen nach oben gebt oder auch meinetwegen nach unten. Das ist Kritik, mit der muss ich dann leben können. Auf jeden Fall gibt es in einer Woche wieder das nächste eine Stunde mit. Mal gucken, womit wir uns dann beschäftigen. Ich sage vielen Dank und ich bin raus. Genossen. Okay. Alter. Die Playstation 4 Pro kommt serienmäßig mit einer 1TB Festplatte und hat einen USB-Anschluss auf der Rückseite. Ihr könnt jetzt also eure externen Festplatten auch hinten anstöpseln. Von der Mehrleistung der PS4 Pro kommt.